Du magst mich nicht, ich mag dich nicht, das ist nun mal die Parole. Sehen wir uns, gehen wir uns aus dem Wichlin-Nabel unter die Tabolen. Ich mag dich nicht, komm her, komm her, komm her. Noch heute sind wir zwei zum Frühstück, wenn bei Andrea geladen. Ich bring Karl vorne mit und du den Tee und da muss ich dir sagen. Time to say good shine. Wenn du sonst auch nichts kannst, der ist okay. So wird sich drum kürzlich gesagt, it's time to say good shine. Abwarten und Tee.